Hallöchen, meine Bärchen, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Bär with me. Wir sind mit Bär bei Tigran und schauen ins Hinterzimmer. Dahin wurde ja Ember verschleppt? Oder auch nicht? Ähm. Hm, als ob dieses Platz nicht so schrecklich genug war, ohne flickeringen Imager. Das nehmen wir mal mit. Ah, da kommt das Zeug rauf. Ähm. Glasplatte, Kerze. Ich glaube, ich weiß, was wir hier machen müssen. Gleich. Perfekt. Gut. Gucken wir erstmal weiter. Ich auch nicht wirklich. Voodoo-Poster, Voodoo-Puppen, Voodoo-Sachen, Voodoo-Sachen, Voodoo-Ree, Voodoo-Wut, Voodoo-Sachen, Voodoo-Sachen, Glasplatte. Yay. Hm, ist das der letzte one? Oh, da gab's noch mehr. Danke für den Hinweis. Die hätte ich jetzt nicht beachtet. Hm, ist das der letzte one? Ich weiß es nicht. Wollen wir lieber nochmal rausgucken? Lieber nur nochmal zur Sicherheit. Liegt da was? Nöp. Gut. Dann scheint das die letzte zu sein, ja? Voodoo-Sachen, Voodoo-Sachen, Voodoo-Puppe. Ja, gut. Ähm. Packen wir das nochmal rein. Packen wir das da mal rein. Und packen wir das da mal rein. Mist. Fehlt da noch was? Hallo, Mietze-Katze. Wie geht es dir? Du verdeckst... Komm, runter. Bitte. Wir schmusen gleich, ja? Komm, runter. Und da rein. Können wir uns... Nein, sprich mit dir. Oh. Och, Maus. Spring. Los. Du wolltest gerade aufs Regal gehen. Bippe. Du musst ja aufnehmen. Hallo. Wir haben gerade so viel gekuschelt. Komm. Runter. Nee, 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 nee. Wir setzen uns da jetzt nicht hin. Komm. Dankeschön. Ähm. Müssen wir da eine Kerze reinpacken? Ja. Und wir machen es auch an. Hier geht nichts. Guck mal, da fehlt was. Sie wusste es. Prognose. Ähm. Ähm. Na ja. Ember hat's... Hat's Ember gebrochen? Bin wir da? Ich glaube nicht. Ich bin nicht sicher. Keine Zeit. Ah, okay. Ich dachte gerade, das wäre ein megaquadiges Geräusch. Ähm. Gut. Oder eher weniger gut. Und wenn wir irgendwo anders hingehen, außer zu Tigran? Ja, können wir ja. Wir können zum Casino. Oh. Ich mach grad nix, warum springt ihr? Wir sind hier in Paper City, und es ist nicht nur ein Fischmarkt. Du hast das auch. Huh. Let's not talk about it here. There might be some seagulls around. What? Äh. Nothing. Ähm. Ich habe ein paar Leads left, und ich bin noch jung. Ich werde dich da heute Abend und wir sprechen. Alles klar. Ähm. Ich muss näher kommen, um zu Hause zu können, um einen Berries-Fellow zu haben. Brian? Ja. Das ist das, was ich gesagt habe. Die PCPD-Clowns werden mich nicht damit nicht nahe, aber ich werde mich näher kommen. Ich bin sicher, ich habe eine Art von circumventieren diese Situation. Ähm. Wer bist du eigentlich? Schwätzer. Okay. Wir haben den Schwätzer kennengelernt. Quasseln wir mal mit euch. Okay. The official statement, man. Oh, yeah. Um. Please move away, sir. There's been a terrible accident. Sure, sure. You guys mind if I have a quick chat with your fellow police officer there, Bradley? Uh, Brian? That's what I said. No one's allowed. Okay. Never mind. I see Locke's here. Seems strange he would come down to investigate an accident. The commissioner's here because of the press. It's better if he deals with the media himself. I can imagine. Hey, buddy. Who the hell are you anyways? Me? Oh. I was just on my way to work when I saw the sky light up like a goddamn 4th of July, you know? And what is it that you do exactly? Um. Um. I'm a lawyer. Another one? You people are like vultures. Hey. Well. Yeah. I'm actually with you on this one. I'm an extra. I take these gigs on the side to kickstart my acting career. An actor? Hmm? Anything we might have seen? You watch a lot of Indonesian cinema? Is that even a thing? I'll just pretend I didn't hear that. Savages. Okay. Ich find's schade, dass diese Antworten sich nicht auf die weitere Konversation mit den jeweiligen Leuten vertieft. Vor allem, wenn man alles auf einmal klicken kann. Ähm. Ja. Lassen Sie mich zu klein gehen. Hey. What do you think you're going? Hey. What do you think you're going? Okay. Dann nicht. Okay. Ähm. Nicht? Warum nicht? Okay. Nein. Da ist das Bild zu Ende. Was ist, wenn wir weiter nach da gehen? Wie hießen die beiden eigentlich? Nur Piddy's... Okay. Äh. Straßenlaterne. Ich wünsche mir, dass ich ein bisschen Licht auf dieses verdammte Kassel herstellen könnte. Ja. Feuerbetafel, Feuerwehr, Feuer... Ach, süß, süß. Das Kleine sind Feuerwehrleute. Ich muss erst die Dahl finden. Ähm. Können wir nochmal woanders hin? Nö? Nur Teigen und... Ah, okay. Jetzt sieht man auch, dass es... dass es raucht. Aber das Diner ist wieder okay. Sehr interessant. Aha. Aha. Ah, nein. Das wollte ich nicht. Da ist nur die Straßenlaterne. Äh, oh, nee. Weiter, weiter, weiter. Gebäude. Ja, guuuuut. Sam, Blabbermouth, Murphy. Ah! Sam, Murphy, also. Warte mal, können wir mit dem nochmal sprechen, dass der uns hier irgendwo langführen kann? Dann sprechen wir mit dem nochmal. Oh, okay. So, buddy, who the hell are you? I work over at the Paper City General. Really? My wife works there, too. Do you know her? What's her name? Mary. Mary Robbins. She's a... A nurse? I know Mary. Such a sweet girl. She's always telling me about you, Bob. You're a lucky guy. Let me tell you. Yeah, she is. And, uh... Wait, Bob? My name's Dudley. He's Bob. What the hell? Oh, boy. I'm sorry. She's always telling me about her high school sweetheart and how he's so handsome. And I just thought, you know what? Forget I said anything. Mary said I'm handsome, huh? Come on, man. It doesn't mean anything. I mean, it could have been any number of Mary Robbins down at the Paper City General who are married and think their high school boyfriends are handsome still. Yeah, I guess you're right. Denial, man. Look it up. Idiots. So, what are your plans now? Um. Uh. I'm actually going to China. I hear they have dragons there. That's a must if you ask me. Oh, no. You're going there? Really? I'm so jealous. I want to murder you. Just kidding. But, but no, really. Can you bring me back some photos? Photos. I would love to see them, man. You got it, pal. Consider it done. Great! You're such a great guy. Ja, lässt du mich jetzt auch durch? Hey. Nein. Okay. Dann sprechen wir nochmal mit dem Schützer. Schützer. Ooh. Ooh. I'm not a gambling man. But if I were... Thanks, Sam. Here goes nothing. Was ist denn das Cardboard da? Na, macht es gleich klick? Schön. Oh, ich habe das gemacht. Schön, platziere deinen Einsatz, Errungenschaft. Oh, er ist sich nicht sicher. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, dass er nicht so ist. Ich habe das Gefühl, dass er nicht so ist. Hey what's going on down there Brian son go and stop those two idiots this is not a place for horsing around right away sir I'm sorry mr. bear I have to go wait sport what were you Ted what are you doing here this is still under official investigation you know the rules hi there's two don't worry about me Sarge I'm just passing through going somewhere in particular I'm going down to Kokomo Kokomo yeah my plan is to get there fast and then just take it slow you know stop being such a wise guy Ted it's not good for your health huh if I had a nickel you'd probably drink it down move along now there's nothing to see here can't really tell if this is your official statement or just your apathy talking I suggest you walk away if you don't want to spend the night in the slammer snoop there's already threats are we nine see you around my regards to the missus bye bye okay we have been commissioner kennengelernt and the other people who have been able to get loading oh here we are in the end of the show mr taxi driver will you wait for me keep the meter running and that stuff why are you whispering little way I'm here incognito I mean it's a stealthy mission you know what there's no one around oh right anyways anyways I'll be here it's all the same to me where I get drunk don't look at it like that the choice is very important in creating the atmosphere or foundation if you will which then in turn creates a mood more suitable for relaxation or the main floor figuratively speaking and after all the requirements have been met very top or the roof relaxation helps in the absorption and digestion of alcohol so you know it's not really you know you've spoken more words right now than my wife 40 years of marriage I'll take that as a compliment what was that what was what I thought I heard something you sure it wasn't you no I didn't hear anything but I think I'm in some kind of sonic shock still I guess see you later okay wir schauen die Strandvilla aber beim nächsten mal denke ich an und was hier alles noch so rumfleucht und kreucht ich hoffe wir treffen hier nicht auf red sonst wäre das glaube ich doof auf einer insel zu stranden mit jemandem der alles anzündet naja gut habt ihr jetzt auch eine wunderschöne woche und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ne zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Tschüss Tschüss